Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Wobbly Live gemeinsam mit MacFox. Heute machen wir was ganz Besonderes, denn wir schauen uns an, was für süße Haustiere man hier in Wobbly denn so bekommen kann. Und es wird wieder Geld gescheffelt, diesmal im Steinbruch. Habt ihr Lust dabei zu sein? Dann bleibt dran. Nur kurz noch, denkt wie immer daran, dass das ein Streamcapture und somit die Qualität etwas niedriger ist. Und seid doch außerdem so lieb und bewertet gerne das Video, damit der Algorithmus und ich uns über einen fleißig wachsenden Kanal freuen können. In diesem Sinne ganz dickes Danke und let's go! Gott sei Dank, ich will mich erstmal umziehen. Yes, rein da. So, umziehen raus aus diesen Kalamotten, das ist ja furchtbar. Das sieht aus, als hätte ich auf der Toilette einen tragischen Unfall gehabt. Ich geh schlafen. Ich bin schlafen. Ja, ich bin auch lustig. Und mach schon wieder Verrenkungen dabei. Ich seh aus, als wär ich echt tot. Oh, wie schlaf ich denn? Ja, so hab ich eben auch geschlafen. Oh, ich träum vom Zug fahren. Und ich bin ein Gamer. Ich hab Computer gespielt. Mit Chat. Lol. Ich möchte gerne ein Haustier kaufen. Aber ich muss Kleidung kaufen noch. Okay. Wo haben wir hier Kleidung? Wo waren denn die Haustiere noch? Oh nein, stimmt. Bevor wir Haustiere kaufen, gehen wir in der Mine arbeiten. Komm her. Wo bist du? Hier. Danke. Ich wusste, dass du einschlägst, wenn ich über dich rüberrolle. Oh, das Taxi sah aber ein bisschen ramponiert aus. Du bist du. Ich weiß nicht. Yeah, auf in die Mine. Wir könnten auch hinfliegen, werden wir schneller. Aber so machen wir einen Roadtrip. Oh Gott, hier ist eine Brücke. Ich dachte, hier kann ich abkürzen, aber hier ist eine Brücke. Vergesse ich immer wieder. Er stand eben noch nicht da. Doch, doch, da. Aber ich dachte, ich kann ein bisschen driften. Hat nicht ganz geklappt. Was ist denn dein Problem? Fahr doch auf der... Oh, er war auf der richtigen Seite, oder? Ich vergesse es immer wieder. In Wobbly ist das ja andersrum. Schade eigentlich. Bonk. Miau. Ach ja, stimmt. Hier sind Tiere. Wir gucken einmal ganz kurz rein, bevor wir weiterfahren. Ich will mal gucken, was die hier alles haben. Hallo. Der hier hat übrigens auch einen kleinen Stern, glaube ich. Der rechts neben dir. Eine Foto über den Kopf. Ach so. Was gibt es denn hier alles? Ein Fischi. Fischi. Noch ein Fischi. Oh. Was ist das? Eine Katze. Oh, ist die süß. Und ein Wuff. Und ein Krebs. Und ein Stern. Und ein Ninja. Lol. Die Fledermaus ist süß. Was gibt es hier noch? Der Dings hier. Der Frosch, oder was auch immer das? Hier gibt es einen Seestern. Und er grinst sogar. Und eine Snail. Die ist süß. Okay. Das habe ich nicht freigeschaut. Eine Bunny. Eine Schlange. 750 Seiten. Pinguin. Hier gibt es Gespenster. Das Fenster. Hinter. Hinter. Das kostet 1000. Ich kann mir gar nicht angucken, was das kostet, dass es nicht freigeschaltet ist. It lockt. Interactive musst du gehen. I. Nein. Ich bin noch gar nicht bei den Pinguinen. Pet lockt. Hinter. Aber den habe ich doch. Den hatte ich doch freigeschaltet. Okay. Kannst du auch lila machen. Lila Pinguin. Schön. Oh, hier gibt es Blümchen. Ja, weiß ich, dass es da Pinguine gibt und dass man die färben kann. Oh, hier gibt es einen Dino. Der sieht super doof aus. Hier ist das Golfballpad. Das habe ich schon freigeschaltet. Was kostet das? 1000. Ist klar. Ne, das ist mir alles zu teuer. Ah, es sieht schon alles sehr süß aus. Komme ich da rein? Ja. Das Hühnchen hat einen Zylinder auf. Aber kein lila nennt. Ne, aber dafür ein Monokel. Als ob. Ey, lol, die laufen einem hinterher. Voll süß. Oh, ne, jetzt doch nicht mehr. Doch jetzt. Lol. Okay, dann lass uns mal arbeiten gehen. Na, komm. In das etwas ramponierte Auto. Nur ein bisschen. Let's go. Ja. Oh, ich sehe nichts mehr. Das ist mal eingeparkt, Alter. Bist du fertig? Die Zeit läuft schon. Nein, du musst abbrechen. Du kannst ihn ansprechen und dann bricht es ab. Hast du abgebrochen? Ja, hast du. Jetzt akzept. Ja. Reiner. Ich habe mich festgereiht. Warum tust du das? So. Ich sehe nichts. Das ist wie du... Ah! Man kann eine Lampe anmachen am Helm. Du hast eine Helmlampe. Hier sind Steine. Ja. Habe ich... Nee, hier in der Mitte sind Pickaxes und TNT. Da musst du dir was schnappen und dann musst du das wegbuddeln. Äh. Wo sind da... Weiter. Oh ja. Die Jas. Ich habe die Jas. Ich will trotzdem einmal hier runtergehen und gucken. Gibt es hier noch was anderes Schönes? Oh Gott, was ist denn hier? Ich wäre gerade fast in ein Loch gefallen. Schade eigentlich. Das ist ein Loch. Da, wo ist der andere Stein? Gib her. Ich lasse jetzt die Pickaxe liegen und komme einfach mit zwei Steinen wieder zurück. Na, ist da der Band irgendwie. Die Steine sind so schwer. Ja. Boah, ist der riesig. Was hast du denn da? Tja. Sag mal eben, Profis. Oh Mann, jetzt bin ich traurig. Okay, ich gehe hier nochmal rein. Ich glaube, da war noch mehr. Ich habe hier auch irgendwie so einen komischen Schacht gefunden. Okay. Also irgendwie... Oh Gott. Ich weiß nicht, ob uns das was bringt, aber man kann ja mal gucken. Ach was, da komme ich gar nicht hoch. Was tue ich denn? Ich bin dumm. Also hier ist halt irgendwie so ein Loch, wo man reinfallen kann. Man kann aber notfalls wieder hochlaufen. Man kann aber notfalls wieder hochlaufen. Hilfe, 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 Hilfe. Ich sehe nichts. Habe ich ihn jetzt? Ne, habe ich nicht. Junge! Mann, dann nehme ich ihn gleich auf den Rückweg mit. Oh, hier ist TNT. Hier ist auch noch was. Was hier? Gott. Toll, jetzt habe ich schon wieder nur zwei Hände frei. Aber das ist nur so ein kleiner. Ich gucke mal, ob ich noch was Größeres finde. Oh Loch. Oh, warte, hier ist auch noch was. Was ist das hier? Oh mein Gott, ich glaube, ich habe Gold gefunden. Ich auch. Aber der ist schon wieder nur so klein. Das ist doch Scam. So, komm her. Das Problem ist, ich habe jetzt dreimal Steine gefunden. Aber ich habe nur zwei Hände. Voll doof. Oh Gott, ich habe mich fast verlaufen. Oh Gott, wir haben keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit mehr. Ich habe schon Rauch gepackt. Sehr gut. Das Ding ist, ich habe da unten noch viel mehr gefunden. Was man alles noch holen könnte. Aber vielleicht können wir den gleichen Job gleich nochmal annehmen. Es würde mich interessieren, ob es dann nochmal respawned wird. Oder ob es dann auf dem Stand ist, wie es jetzt ist. Das wäre halt ultra interessant. Alter, wie viel Geld wir einfach gekriegt haben. Na ja, es sind nur noch 18 Sekunden. Ja, ich bin rechter. Ja, aber die Maschine muss ja auch noch arbeiten. Meinst du, das zählt noch? Ja, so nicht. Oh nein. Nein. Ja, schade. 70. Bei uns. Oh. Ja, ich bin rechter. Ich bin rechter. Ich bin rechter. Ja, ich bin rechter. Ich bin rechter. Ja, ich bin rechter. Ja, ich bin rechter. Ja, ich bin rechter. Bis zum nächsten Mal.